hallo willkommen bei conny canarias ja ich nehme euch heute mal ein stückchen mit auf der avenida de tirajana hier im herzen von playa del ingles hier sind wir am apartmenthaus daidia und wir gehen jetzt mal nach oben und ich nehme euch hier ein stück mit ja nicht so viel los hier auf der gasse leute sind am strand weil wir haben ja ideales wetter heute kaum wind also eigentlich gar kein wind mit ja Vielen Dank. So, hier sind wir jetzt an der Avenida de Gran Canaria. Und hier drüben haben wir das Vidal Suites und Spa. Ein Bull Hotel. Und ich zeige euch das mal. Ich gehe mal mit euch kurz eine Runde. Ja, von hier hat man ja einen super Blick. Wir gehen mal nach unten zum Restaurant. Ja, schöne, ruhige Anlage hier. Hier haben wir die verschiedenen Zimmer. Und ich gehe jetzt auch wieder Richtung Ausgang, denn ich möchte die Leute hier ja auch nicht stören. Ja. So, hier haben wir die Eingänge. Auch alles schön gemacht hier mit den Palmen zwischendrin, mit den Pflanzen. So, und ich gehe wieder nach oben. So, hier nochmal ein Blick von dem großen Fenster hier in der Lobby runter zum Pool. Ja, mit Gerüst hier nebendran, aber das macht jetzt auch nichts. Ja, ist schon was Feines hier diese Anlage, auf jeden Fall. So, und das war es ein kurzer Besuch im Vidal Suites von Bull. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, habe noch was zu tun. Auch hier vorne, das ist alles schön gemacht mit den Blumen. Und hier der kleine Brunnen. So, und damit sage ich dann Tschüss, bis bald, macht's gut. Also, das ist ja auch nicht ganz schön. So, ich gehe jetzt mal. So, dass ich mich jetzt nicht mal hatte. So, das ist jetzt auch etwas. So, ich gehe jetzt auf die D 초. So, ich gehe jetzt mal, hier. Das ist alles sehr schwer. Okay? So, ich gehe jetzt hier.